Absol-Munition haben wir glaube ich jetzt voll, wie es scheint. Das ist doch gut. Das haben wir doch gerne. So hat es sich doch gelohnt, hier ein bisschen sprengen zu lassen. So, dann folgen wir dem alten Sack mal. Oh, ich glaube, so alt ist der gar nicht. Come on, come on. I'm sorry, son. I was no use at all. He flew right past me. Don't worry, Mac. We haven't lost him yet. We'll just follow the blood. Alright then. I'll ride. You got it. Okay. Normalweise mache ich solche Sachen ja, also solche Runden ja ganz gerne, wenn man halt irgendwo drauf sitzt auf dem Motorrad und dann ballern kann. Also nur ballern und nicht selber schießen, äh, fahren muss. Bei dem Spiel, wie gesagt, mit der Steuerung bin ich da nicht so, äh, noch nicht so begeistert von. Oh. Ich bin doch ein wenig begeistert. Alter, das ist aber echt... Wie lange brauchst du dich zum Nachladen? Geht sogar. Mensch, bis nachladen. Wen runterholen? Wo? Ah. Ah, shit. She's getting away. Don't think I can keep up. Also, wie gesagt, die Steuerung ist halt trotzdem noch unglaublich hakelig. Aber es geht einigermaßen. Wo fährst du denn? Der ist da hinten drüber gefahren. Ich finde sie echt interessant, dass die wohl alle wirklich karosieren. Kinder getankt haben. Na, komm, hinterher. Alter Mann. Ich lade mal grad nach. So. Ja, wie gesagt, äh, wenn die Steuerung besser wäre. Ich glaub, da ist auch so ein kleiner Auto-Aim drin, hab ich den Eindruck. Ja, ja. Ich muss mal nachladen. Ich bin einigermaßen. See ya, Puckers. Look, asshole, I've got no problem doing a bit of pig-sticking. So simple. Big boss man walked to little kid dead. We find out y'all's alive. And... and... What do you mean? Who gave the orders? It might be that pushy-brother he owns. Jake, what the hell happened? Jake, wütend! Scheint wirklich so'n bisschen Hitzkopf zu sein. Heh 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 heh. You okay? Yeah, great. Barely back and the shits hit the fan. God dammit. Look, we've gotta finish this. I can't do it without your help. What's next? Okay. Well, a couple years back, I heard about some illegal boxing club near Blackfield. Might be a good lead. Big Irish gang-mounder called Meat Hook. It's the Starfighter set to fight there. I don't know where exactly it is, though. There's some rich guy who lives up at Coyote Rock. Ex-boxer. He might know. I heard he got sucked in deep a long time ago. Keep in mind what I said, boy. Meat Hook's a Starfighter for a reason. Other option ain't no picnic either. You've seen how drugs work here. Devil's hand run the show in this statement. I heard of a fella who gets his shit from a guy in the hand. You won't have any trouble finding him. He's called Dr. Blotter. You do what you gotta do, but stay smart and stay safe. I can't lose another one of you. I don't know. I can't lose another one of you. Well, I'm gonna find the Doctor Blotter now. And let's play. I'm gonna find the Doctor Blotter now. I'm gonna try. I'm gonna find the Doctor Blotter now. I'm gonna find the Doctor Blotter now. die du hier findest. Ihr Soldat betreibt einen von Tyrells Armeelastern. Du kannst hier Waffen, Munition und Fertigkeiten kaufen. Ein Drogenhändler operiert aus der Dieplastikfabrik heraus. Verkaufe ihm deine Drogen um ein Zugesatzeinkommen zu erzielen. Drittmax Werkstatt und JX Bike umzugestalten, das ist cool. Finde Karten und Farbdosen um neue Gegenstände freizuschalten. Informationsdafel der Werkstatt hält deinen Fortschritt fest. Du kannst auch hier eine Mission nochmals spielen oder eine neue starten. Gut. Das ist doch schon mal nicht verkehrt, dann könnte ich mir gleich mal ein Schlückchen genehmigen. Und dann schauen wir doch einfach mal, was die Stadt hier so alles zu bieten hat. Wir sind auf jeden Fall schon mal sehr rollig. Guck mal hier, alten Polizeiwagen. Wahrscheinlich können wir einfach nur das Bike fahren. Fangen wir mal mit den Drogenleuten an. Haben ja ein bisschen was mitgenommen. Ja, ja, mecker du nur. Ich will da mal kurz durch. So Schnucki, pass mal auf. Drücke zum Öffnen. Öh. Wir haben neun Units Gravity. Cool. So, alles verkaufen bitte. Warum sollten wir das auch aufheben? Bestätigen. Ja. Na ja, ich mag ihr Errungenschaften, von daher alles raus damit. So, du? Können wir vielleicht mit dir so... Gut, der andere ist schon in ihr drin, im wahrsten Sinn des Wortes. Ähm, was hast du noch hier Schönes? So, da, 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 da. Pistolen. Ja gut, man merkt, dass es halt für eine Konsole gemacht wurde. Die scheinen wohl alle noch nicht freigeschaltet sind. Gesperrt, gesperrt, okay. Das heißt, wir können maximal die Knarre da kaufen. Oder die. Hm, Handgun ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Schaden... Das Ding macht sogar mehr... Gut, das ist halt ein billig Revolver, wie es scheint. Ja, wie gesagt, Drogen müssen natürlich auch verkauft werden. Holen wir mal die. Wie gesagt, sonst glaube ich nur nix reigeschaltet. Okay. Pech, du hast nicht genug Geld, um das zu kaufen. Oh. Ah, das sind wahrscheinlich die Fähigkeiten dann. Okay, gut. Aber schön, dass sie halt noch nicht mal die Dings hier übersetzt haben. Ähm... So, das nehme ich nämlich auch noch grad mit. Okay, zack, bestätigen. Uh, wir haben eine Combo. AXA. Neue Handfeuerwaffe, das ist ja auch schön. Ähm... Dann können wir mit dem Bike nochmal. Aber ich glaube, für das Bike haben wir jetzt wahrscheinlich kein Geld mehr. Aber das ist ja auch schön. Das könnte ja dann später nochmal kommen. Man kann auch sonst hier unglaublich viel machen. Na... Ähm... War das hier? Ja. Schauen wir doch hier mal rein. Aber wir können auch ein neues Bike holen. Okay. Okay. Ähm... Okay. Man könnte noch ein Army-Bike. Hm. Ähm... Gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht mal so. Gestalten. Ähm... Ja, Motor. Was haben wir denn da? Noch nix. Ja, schön. Auspuff. Ja, schön. Auspuff. Wie mir scheint. Gabel. Scheregabel. Feuerlicht sind für kleine Kinder nicht. Sammle die Asse der blauen Karten. Okay. Das sieht echt aus wie so eine scheiß Frauenhandtasche. Ne, nehmen die. Vorderrad. Ach ja, guck mal. Puh. Guck, komm. Die Vortex sieht eigentlich ganz cool aus. Kotflügel vorne. Guck mal. Ein Lama-Ora-Dings. Ähm... Hm. Schrauben. Uh, komm. Das sieht böse aus. Nehmen wir das noch mal. Benzintank. Bigfoot. Ja. Also man kann zumindest relativ viel anpassen. Das ist ja schon mal schön. Und sogar verdammt viel freigeschaltet. Gut, das müssen wir dann doch nochmal hoch anrechnen hier. Sammelt das Schweinskotelett. Mit schönen Mercedes-Benz-Chadanen drin. Theoretisch könnten wir hier das gleiche reinpacken, oder? Das ist doch etwas, nach was aussieht. Rotflügel. Gehen wir mal den. Rücklicht. Dankeschön fürs Folgen, Meridom. Ich hoffe mal, heute läuft es dann etwas besser. Mit dem Stream. Ich weiß ja nicht. Ja gut, das beruhigt mich. Das beruhigt mich. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ja, passt. Kickstarter, hey. Nehmen wir den Love Plug. Ein Strange Love Plug. Wenn wir schon die Lama-Felgen drauf machen, oder was immer das war, können wir auch ein Strange Love Plug nehmen. So, obwohl das... Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, was ein Strange Love Plug ist. Ähm, so, ich glaube, dann hätten wir hier erstmal alles. Ja, den Lama wird man nicht so schnell los, das stimmt. So, wie können wir das denn lackieren? Alle Teile. Stone Grey. Boah, da, da. Was brauchen wir dafür? Keine Ahnung. Ähm, ich hab's auch nicht gekannt, das Spiel. Bis ich dann halt irgendwann mal so eine Top 5 der schlechtesten Spiele aller Zeiten gesehen habe. Und da war das auf Platz 3 oder 4. Ähm, und da hab ich dann mal gesehen, dass man das halt für ein paar Euro sich bei Steam holen kann. Beziehungsweise halt über Key-Seiten bei Steam holen kann. Ich glaub, sie haben's bei Steam selber nochmal rausgenommen mittlerweile. Verständlicherweise. Ähm, und, ja, hab ich mir gesagt, guck mal, ob's wirklich so schlecht ist, wie alle sagen. Oh, wir können das Bike bemalen. Ja, das, ähm, also bisher, es geht. Also die Steuerung ist halt wirklich ziemlich ermurks. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die sind ganz okay. Es gibt ein paar Sachen, die sind relativ nervig. Aber, gut. Dark Days Red Lady. Hm. Gut, haben wir eine ganze Menge, sehe ich gerade. Kommen wir mal ganz klassisch hier mit Flammen. Noch's Schönes, noch mehr, äh... Also Anpassmöglichkeiten, muss ich sagen, sind doch relativ viel. Also, das, das ist, glaub ich, das einzig wirklich positive, was ich bisher hier gefunden hab, vor dem Spiel. Der Rest ist halt zwischen Mö und Skizo. Holy Right, oh. Ja, ich glaub, hier können wir dann echt mal eine ganze Menge suchen. Ähm, wofür sind die? Ach, so rote Asse, okay. Gut, dann hätten wir jetzt schon mal ein bisschen angepasst. Bin ja froh, dass es kein Geld kostet hier. Ähm, Handlung ist folgendermaßen, unser Bruder wurde ermordet und wir, also von einer feindlichen Gang. Und wir sind jetzt auf Rache und gucken, dass wir die dann nach und nach ausschalten. Mehr oder weniger klassisch. So, achso, jetzt haben wir das soweit erledigt. Dann, äh... Ja, eingekauft haben wir. Bike haben wir gemacht. Dann mal ab zu... War das hier mit der Mission? Ah ja, guck mal. Aha. Aber wir können jetzt sogar... Können wir jetzt hier sogar auswählen. Sheriff. Anvil haben wir erledigt. Das war die Einführungsmission. Oh, mit 54%. Hm. Okay, jetzt haben wir entweder Meathook oder den Sheriff.